Was mach ich jetzt? Hören Sie auf! Hören Sie sofort auf! Aus! Hören Sie auf! Hören Sie auf! So wie Sie jetzt spielen, hat es überhaupt keinen Wert! Das ist sinnlose Musik! Wir haben hier im Dorf einen kleinen Chor, der in Donnerstag zusammenkommt. Musik beginnt mit Zuhören. Irgendetwas passiert mit den Menschen dort. Bis jetzt haben wir noch nicht ein einziges Mal gehüpft. Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Was da war zwischen uns heute Nacht? Ist nie geschehen! Der hat ja neben all dem Tidja hoch! Daniel hat die Königin akzeptiert und mir die Schlüssel ausgehändigt! und geht zum Verschluss ein mit dem Zirkus! Was bist du eigentlich für ein komischer Typ? Schömmel! Das war die Scheukkirche! Schömmel! Schömmel! Daniel hat mich eine Ehe! Bis zum nächsten Mal.